Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unser Büro eigentlich fertig gemacht. Wir werden jetzt mal schnell nach Hause gehen, ein bisschen zocken, dann vielleicht nochmal kurz nach dem Lagerhaus schauen. Und dann sind wir da auch schon soweit ready to go. Wir tun jetzt mal vier Stunden spielen. Perfekt. Keine Zombie-Hände, das macht es nur noch besser. Und dann schlafen wir bis 8 Uhr. Komm, wir gehen jetzt mal schlafen. Ah, da ist die nächste Lieferung angekommen. Schauen, wie schön. 13.000 Ge... Was? Hä? Wir haben es denn jetzt geschafft. Das war die höchste Gemindenbarge ever. Gut, aber, wir schauen jetzt mal in unser Büro. Lernen wir unser neues Team kennen. Au! Versicherungsbedingungen, das wäre doch noch ein Job hier drin. Ach, der öffnet erst. Ach, das ist Sonntag. Stimmt, da war was. Dann gucken wir mal. Äh, nicht bis man, scheiße. Ich werde mich immer feiern. Ich brauche Lagerhäuser, oder? Genau, Lagerhäuser. Elektrische Geräte, Kaution. Nehme ich das direkt an der Hauptstraße, oder nehme ich das hier an der Seitenstraße? Ich habe einiges günstiger, wie viele Quadratmeter, denn das 160? Das ist halt einiges mehr. Hm. Das wäre halt eines der großen direkt, ne? Wenn wir expandieren wollen, vielleicht gar nicht doof, einfach direkt ein großes zu nehmen. Ein bisschen öffnen, vermieten es, legen es als Ziel fest, dann müsste irgendwo ein Auto wiederstehen. Wo ist mein Auto? Warehouse No. 1. Da steht mein Auto. Guck mal, da ist ja mein kleines, jünges Auto leiden. Könnte nicht sein, dass wir das gleich eventuell ins Lagerhaus bringen, damit wir ein Lagerhausfahrrad nutzen können. Denn wir haben ja schon einen Lagerverwalter. Und hat ja auch was zu tun. Dann müssen wir nur noch an den Hafen mit den Kollegen dort vor Ort sprechen. Und dann sind wir langsam im Business. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist unser Lagerhaus. Wir haben sogar zwei Wildwiegel. Oh, wir haben sogar... Boah. Und hier, deshalb wurde Slot 1 zugewiesen. Perfekt. Kann ich hier auch die Wände designen? Ich kann nur die Wände designen. Hätte ich mir irgendwie beinahe gedacht, das wäre lustig, wenn ich das andere auch könnte. Holy shit, ist das Ding groß. Ja, das ist doch was für eine Start-up-Supermarktkette. Dann müssen wir nur mal Kontakt... Ach nee, warten wir mal wieder. Dafür haben wir ja Mitarbeiter. Es wird krank gemeldet. Beide arbeiten im Jules & Moor und haben sich beide heute krank gemeldet. Um zu dieser kein Fahrer. Lass mich mal hier bitte reingucken. Dann brauche ich bitte meinen Logistik-Manager. Er wird jetzt Warehouse 1 zugewiesen. Gott, dann hätte ich gerne einen Headhunter. Ich bräuchte bitte... Bisschen Auslieferungsfahrer sein, ne? Na, der kriegt schon... Das sind 100% automatische ungenehm Fähigkeiten. 75% seine Fähigkeiten, um einen automatischen Ersatz durchzuführen. Okay. Bedeutet, wir müssten den... höher leveln. So, was ist denn jetzt... Wir suchen irgendwas mit 50% so circa. Aktuell können die Daten haben, aber noch keine Daten sind. Okay. Cool, wir haben jetzt also ein Lager. Jetzt muss ich nur herausfinden, wozu Hölle ich denn die Lager... Äh... Oder haben die dann auch normale Schränke? Joghurt-Ech, aha. Es gibt Joghurt-Ech. Ich müsste echt drüber in Ikea rein. Ne, obwohl Ikea hat ja gar nicht solche Sachen, ne? Ikea ist da der falsche Anspruch. Geschäfts- und Ladeneinrichtung. Öffnet in 20 Stunden. Gibt's eigentlich von den Läden echt nur zwei, oder bin ich blind? Schaut aber fast so aus, ne? Dann würde ich sagen, laufen wir über die Straße. Warte mal, das Lager ist ja nur ein Fragezeichen, warte mal. Aha, Inventar. Warehouse number one. Fahrer, haben wir keinen? Das ist... Main... Vertriebslager. Da ist eine U-Bahn. Dann fangen wir schnell hier vor. Gut. Dann schauen wir schnell, wenn wir mit Jules und Moor vorbei sind. Aber was ist das, wir helfen nochmal ein bisschen aus. Bisschen unterstützen ist ja nicht schlecht. Oh, wir haben wieder Hunger. Morgen ist nicht Montag, dann treffen wir unser Team. Bei 13.000 Umsatzgläufe sind wir ganz gut unterwegs. Ja, man wird früh schlafen. Tut uns auch gut. 11.000... Alter, warum steigt denn der Profit? Wir haben noch mehr Mitarbeiter. Aber cool, wenn der Profit steigt. Du, ich sag nichts. Wenn die Profite steigen, können wir uns bald einen zweiten LKW anlegen, ein zweites Gebäude mieten. Ich habe nichts dagegen. Wir können um Eis erweitern. Was cool wäre, dass man nur noch sagt, bitte dort einrichten. Wenn man sagt, da bitte jetzt einrichten, dann kommt irgendwann einer deiner Transportfahrer und liefert die Ausstattung, die du benötigst. Das wäre noch eine Sache, die ich gleich mega, mega geil fänden würde. Aber ist natürlich nicht unbedingt so einfach umzusetzen. Ich fahre jetzt mal auf unsere Mitarbeiter. Vorsprung? Gibt es gar nicht, ne? Schade, schade, schade. Economic View. Vollständige Transaktionen. Mein Vertriebslager. Raxe muss kommen, macht elf Minus am Tag. Aber das war halt gestern. Parkgebühren. Unterkunft, ja. Aber hier, Resch & Fresh hatte 6000. Das hat jetzt Jules & Moore überholt sogar. Respekt. Keiner, wende dich an eine Information an deine Bank. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Kapitalanlage wäre noch vielleicht eine Sache, die interessant sein könnte. Und die ich gerne probieren würde. Na komm. Halbe Stunde noch, dann kommen sie. Ich gehe mal schnell aufs Klo. Scheiße, ist abgesperrt. Wenn ich aufs Employees gehe und Kandidaten, habe ich noch keine. Ah, die kriege ich wahrscheinlich jetzt danach, oder? Wenn ich jetzt sage, wir suchen danach. Wir brauchen eigentlich nur einen Fahrer, der die Woche alles aus, also alles auf Stand hält in den Gebieten. Am Wochenende kann er sich freinnehmen. Weil am Wochenende sollten die Ressourcen eigentlich reichen. Gleich am Ende mit den Jules & Moore und dem Ganzen drum und dran. Guten Morgen, Leute. Willkommen hier in der Raksimus Corp. Alles klar bei euch. Der programmiert. Hallo, wir sind hier kein Programmierstudio. Und zocken tun wir auch nicht. Ich sehe es auf euren Bildschirm. Wollt ihr mich verarschen? My Employees. Ich kann mich ja leider nicht irgendwo hinsetzen, ne? Wollen wir kurz eine Bank. Ich mag wissen, ob wir nicht in einer Stunde... Warum gibt's denn jetzt hier keine Sitzbank? Ey! Ich suche mir ein Taxi. Ich hole es... Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieselben Regale brauche, wie ich jetzt im Einladen immer finde. Aber warte mal. Das war... Das war ein unnötige 2-3 Euro. Das Geschäftsöffnete... Ich schlag mal bis 10. My Employees. Kandidaten. Keine. Sucht denn die sehr geehrte Mitarbeiterin hier jetzt gerade schon? Headhunters 0 von 0. Du bist ein fucking Headhunter. Die Breakout. Was ist das wieder? Personal, Einkäufer, Logistikmanager. Ja, wir werden uns das Lager dann irgendwann kaufen. So. Wir nehmen die vier Lagerregale mit. Ah, ich wette, da gibt's irgendwo große. Also, ich glaube, ich kaufe gerade die... Abbrechen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kaufe die falschen. Ah, gibt's die denn beim anderen Laden unten? Jetzt habe ich natürlich mein Auto... Auto... Äh... Für... Den Fahrer hergegeben. Ich muss nur überlegen, wo zur Hölle... Gibt's denn dann diese großen... Ich weiß, es gibt diese XXL-Regale. Da! Palettenlager. Das brauche ich. Ich brauche Palettenlager. Das sind jetzt da 10.000, aber mei. Eine Tageseinnahme. Wenn wir Paletten lagern, glaube ich, kommen wir schon relativ weit. Wiedersehen. So, wenn wir jetzt mal kurz auf Google Maps gucken. Wo ist mein Lager? Ah, zwei Straßen, weiter. Vielleicht kaufe ich dann gleich nochmal ein paar. Weil dann können wir die Waren importieren. Das könnte eventuell sogar ganz geil sein. Ah, das ist mein Lager. Main-Vertriebslager. Wir bauen hinten gleich die Paletten auf. Ist das mittig? Ne, das ist mittig. Lagerverwalten. Oh, gleich nochmal zwei. Einfach... Safe, safe, safe. Oh, ich hab ein Angebot bekommen. Super. Ich glaube, wir setzen dann Hind-Hunter auch mal ins Training. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht für die. Und dann werden wir uns unten mal mit denen am Hafen auseinandersetzen. Dass wir vielleicht ab morgen oder übermorgen, äh... Gar keine... Keine Not mehr haben, äh... Die Lieferung extern laufen zu lassen. Das gleich könnte uns ganz gut tun. Wenn wir noch einen industriellen Gefrierschrank... Der würde eigentlich gleich reichen, sogar dann... Für noch einen Eisbereich. Und in Zukunft wissen wir dann haargenau... Wie wir es machen wollen. Dann machen wir noch ein Jules & Moor... Und alles Mögliche. Aber ich werde mich, glaube ich, doch erstmal wirklich auf die... Einkaufslinien jetzt konzentrieren. Bevor wir das Ganze dann... In verschiedenste Bereiche ausbauen anfangen. Und dann ins Real Estate vielleicht auch gehen. Weil Real Estate würde mich auch interessieren. Wie viele sich bringen. Einfach mal selber herausfinden und probieren. So, platzieren. Ich würde immer genau die Breite von dem Palettenlager freilassen. Jetzt haben wir rein theoretisch ganz viel... Oh, das ist schon mal gut. Eine gute Menge an Lager. Damit gleich können wir was anfangen. Was hat denn die Headhunterin für uns gefunden in dem Fall? 36% Anforderungen gar keine. Main-Vertriebslager. Bist eingestellt. Fertig. So einfach geht das. Headhunter. Rekrutierung beenden. Wir sind gerade zufrieden. Logistik-Manager. Also, ich muss vielleicht nochmal... Mitarbeiter zuweisen. Wir haben das Main-Vertriebslager zu erhalten. Dann gehen wir ins Bismarck. Fahrer. Fahrer. Inventar. Gut. Wenn ich jetzt hier aufs Lager gehe. Logistik-Manager. Jetzt kann ich Ziele hinzufügen. Einmal Resch & Fresh und einmal Jules & More. Eiscreme 4 zum Beispiel noch. Aha. Mindestlagerbestand. Schau an. Aha, aha, aha. Mindestlagerbestand. Dann würde ich jetzt schnell runter zum Hafen. Dafür hätte ich gerne dieses Taxi da vorne. Und einmal zu einem Hafen. Fangen wir hier an. Hier hinfahren. Ernsthaft? Das hat schon zu... pure Verarsche. Das ist ja pure Verarsche. Ja, dann halt morgen hier. Dann halt morgen wieder. Aber wir sind gut unterwegs. Das ist alles, was mich schon freut. Ich würde auch sagen, dass zum Beispiel Jules & More immer so 200 von den günstigen 100 vom teuren auf Lager haben sollte. Und wenn wir da alle so ein bisschen an dem Haken haben, können wir da ganz gut Preise aushandeln. Zacken wir noch ein bisschen. Ne, wir gehen. Das ist halt ins Bett. So, um sieben raus. Das machen wir jetzt noch. Danach ist von Mary Popp und Daniel Löschen erhalten. Angestellter. Ne Gold-Krankenversicherung. Wollt ihr mir ernsthaft wer damit jetzt kommen? Wie gebe ich denn... Wie hieß dir Dana und Mary? Wie gebe ich Mitarbeitern eine Gold-Krankenversicherung? Das muss ich... Ihr seid im fucking Kundendienst bei Jules & More drin. Und ihr wollt ein friedliches Arbeitsumfeld, okay? Gold-Krankenversicherung. Oh, bei mir steht vor der Tür eine Katze, die will aufmerksam. Da ist ja schon... Wir haben wieder gute Umsätze gemacht. Ohne Frage. Aber what the fuck war das denn? Die Katze will sehr viel Aufmerksamkeit. Die Mons will gerade die Birnen zu. So. Ähm... Mit dir kann ich sprechen, ne? Da stellt ihr nämlich genau diese Palätenlager. Neue Partnerschaft. Jamie Blaine. Akzeptieren. Warte, jetzt nicht wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Gut, Dankeschön. Jetzt kann ich doch wahrscheinlich mit meinem Einkäufer reden. Jamie Blaine. Jeweils ausgewähltes... Ach ja, jetzt kann ich hier. Günstiger Schmuck. Jeweils 70. Aha, wo ist der teure Schmuck? Hast du den auch? Was sind das jetzt eigentlich? Paletten sind das... Mindestbestell wird 2500. Ich bin gerade verwirrt. Da kriege ich Getränkedosen. Da kriege ich auch Smartwatches. Ja, okay. Lass mich raten. Für ein anderes Ding brauchen wir noch einen zweiten... Äh... Hyopei dann. Oder so. Den anderen schauen wir uns noch an und dann... werden wir beim nächsten Mal das Lager einrichten. Ich werde mich mal wegen dieser komischen Goldversicherung da informieren. Die es ja hier gibt. Schöner Hafen. Schöner Hafen. Das müsste man nur noch Fehmann werden können. Ich vermute mal, das ist das nächste, ja. Import-Export-Geschäft. Den kannst du hin. Guck mal, wir können... Ich brauche ein größeres Büro, wie es ausschaut. Goddammit. Weil ich brauche für jedes... Alter, wie dumm ist das denn wieder? Aber gut, Leute. Ich hoffe es dir gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.